Alleine Folge von der Block 2, Folge 58 Alleine Folge von der Block 2, Folge 5 Das war's für heute. 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 Ja, ne ne ne. Wir lesen rein, wir müssen das nicht rausgehen. Oder in dem Dach von Dachau rausgehen, und dann wird das nicht zu sehen. Es ist heute ein 5.000 Euro, die Räte zu laufen wird. Mein Zukunftner braucht eine Räte zu beitreten, während ich jeden Dienst zu jemals hat, weil er mit der Kontrolle hat. Er wird nicht mehr in den Räte zu verhindern. Das war's für diese Folge, bis zur nächsten Folge, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.